Abwärts Drei Männer und eine Frau, die sich nicht mehr unter Kontrolle haben. Eingesperrt auf engstem Raum. Irgendwo zwischen dem 27. Stockwerk und dem Abgrund. Das schafft er nicht. Würdest du es? Man hat da oben keinen Halt. Was soll er denn da? Er hat mich genervt. Machen wir ein Spiel? Schmeiß das Ding weg oder ich bring dich um, du. Ich bring dich um. Ich bring dich um. Abwärts. Jetzt bist du dran. Liebe, Hass, Beifersucht und Geld. Ich kann nicht mehr. Was in dieser Nacht geschieht, erleben sie in Abwärts. Sie haben den Jungen umgebracht. Was? Ich hab nicht gehört, wie sie gesagt haben, ich bring dich um. Ja, das hab ich auch gehört. Es ist nichts passiert. Das war ein Unfall. Ja, 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 ja. Sie, ich bin in den Beschluss, Jens. Keine Unannehmlichkeit. Ich glaube, ich wär verrückt. Er hat schon abgesahnt. Er hat schon abgesahnt. Abwärts. Ab Mai überall im Kino.